Ein gutes Tier ist das Klavier, still, friedlich und bescheiden, und muss dabei so vielerlei erdulden und erleiden. Aber Bernd Ecker hat noch nicht mal das. Oh, du fängst ja toll an. Ich glaube, du hast auch gehört. Wunderbar. Ja, sehr beschwingt. Ganz toll. Wunderbar, hervorragend. Junge, Junge, wie du das heute machst. Doch, sehr schön. Aber natürlich rhythmisch, dabei spiel mal jemand. So kaum lobt man dich, so geht alles schon wieder daneben. Und vorne, das Schwarze, sind die Noten. Auch ab und zu mal hinschauen und schön ruht mich und nicht so brutal. Und vor allen Dingen Dinge, eine Haltung, junge Freunde, Haltung. Ja, ja, du bist doch kein Jockey. Das ist ein Klavier und kein Rennpferd. Kleider Scherz, nicht so brutal. Oh, ich bekomme Migräne, wenn du so weiterspielst. Was soll ich nur deiner Mutter erzählen? Das Geld ist wirklich zum Fenster rausgeworden. Obwohl ich's natürlich gebrauchen kann, aber trotzdem. Ja, besser, viel besser. Oh, meine Migräne. Ja, sehr schön. Immer locker und blockig spielen. So ist es schön. Hm, wunderbar, wunderbar. Oh, jetzt wirst du wieder so brutal. Du kannst nicht so brutal spielen. Das ist ein Klavier. Du bist kein Schmied und das Klavier ist kein Amboss. Immer beschwingend, beschwingend, ja. Und schön, das Klavier muss gestreichelt werden. Streicheln muss man als Klavier. Flockig. Auch die schwarzen kleinen Tasten mal beachten. Und die linke Hand. Nein, deine linke Hand könnte überhaupt nicht. Was mach ich nur da? Hör mal, wie ich dir jetzt vorsinge. Ich kann natürlich nie ganz verstehen, aber du weißt, wie ich's meine. Bernd Eck da. Oh, du machst mich wahnsinnig. Ich bekomme schon wieder Migräne. Oh, das war ein hervorragender Part-Rate. Sehr schön. So spiel weiter. Beschwingend, lustig. Und vor allen Dingen flockig, flockig. Seitdem weich muss das kommen. Ja, so. Sehr schön, sehr schön, ja. So, das wiederholst du. Und vergiss, na, hübrig ist mein Honorar nicht. Ich bin etwas teurer geworden. Ach, die Schüler machen mich auch alle wahnsinnig. Kein Mensch lernt heute noch Klavier. Ach, ha, ha. Nein, das ist unmöglich. Nein, Kinder, Kinder, immer, die nur dieser Gitarrenklang. Geh mir doch mal ans Klavier. Denk dieses schöne Klavier. Und das wiederholst du. Und immer locker und immer flockig. Und schau nach vorne. Ach, Junge, guck nicht so dumm. Häusen die Noten und wiederholen jetzt schön. Wiederholen. Und wir werden immer leiser und entschwinden aus den Noten. Immer leiser, fast Piano. So ist schön. Immer leiser, immer leiser. Ha, ja. Oh, Gott sei Dank. Das ist falsch.